Hallo, ich bin Sophie Mannig. Ich arbeite in der Sammlung Kunsthandwerk und Design im Kunstmuseum Moritzburg Hallesale. Durch die Verlängerung des Lockdowns und der vorzeitige Abbau der Ausstellung Karl Lagerfeld hat sich für uns eine Art zeitliche Entspannung ergeben. Wir können dadurch mehr Zeit in die Vorbereitung unserer kleinen Sonderpräsentation zur großen neuen Sonderausstellung der Poem einplanen. Wir haben mehr Zeit uns mit den Objekten zu beschäftigen, sie auszuwählen, wie wir sie in den Vitrinen arrangieren wollen, wie wir die Vitrinen in dem Raum arrangieren wollen und was genau gezeigt werden soll. Was wichtig ist, um den Vergleich im Bereich Kunsthandwerk zur neuen Sonderausstellung zu zeigen. Es geht dabei um eine große Schenkung einer Frau aus München, Dr. Helga Schmolgenheim-Eisenwert, die uns eine sehr große Schenkung vor allem im Bereich des französischen Jugendstilglases vor einigen Jahren geschenkt hat.